Mike hat die zwei Hardrocks Motorrades umstürzt. Mike läuft zu seinem Fahrrad und führt sie so schnell wie er kann. Die zwei Hardrocks sind direkt hinter ihm. Sie erschwischen Mikes Trikot und sehen Mike vom Fahrrad. Sie schlugen ihn mit Fäusten und Mike hat Blut in sein Gesicht. Mit Blut in sein Gesicht denkt Mike nur auf ein Essen. Mike geht in die Mensa und sah einen schönen Katharine. Die Katharine erholt einen großen Schreck, aber sie immer noch findet Mike süß. Der Arbeit sie essen Abendessen mit Mike. Sie sprechen seit langem und beginnen einander zu mögen. Fünf Monate später sie im Rathaus verheiratet waren. Untertitelung des ZDF, 2020